AfD-Ortsbeirat in Brandenburg soll mit Schüssen auf Habeck gedroht haben, die Ermittlungen gegen den AfD-Ortsbeirat wurden aufgenommen, nachdem diese Drohung bekannt wurde. Der Verfassungsschutz in Brandenburg prüft derzeit, ob der Verdächtige tatsächlich eine ernsthafte Bedrohung für Minister Habeck darstellt. Die AfD distanzierte sich von den Äußerungen des Ortsbeirats und betonte, dass Gewalt und Bedrohungen inakzeptabel seien. Die Partei kündigte an, disziplinarische Maßnahmen gegen den Verdächtigen einzuleiten, sollte sich der Vorwurf bestätigen. Minister Habeck äußerte sich besorgt über die Drohung und forderte eine konsequente Aufklärung des Falls. Er betonte, dass Politikerinnen und Politiker in Deutschland ohne Angst vor Gewalt arbeiten müssen. Die Ermittlungen in diesem Fall werden weiterhin fortgesetzt, um die Hintergründe der Drohung aufzuklären und die Sicherheit von Minister Habeck zu gewährleisten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017